Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu der letzten Folge hier bei Grandia 2. Und dann geht's auch schon los. Wir haben dieses tolle Super-Ekel-Monster hier uns gegenüberstehend und nur darauf eigentlich wartend ins Jenseits geschickt zu werden. Ich bin gespannt, was hier passiert. Alter. War das eine Stimme vom Holymeister? 500 Damage, kann mir nix. Hui. Eventuell macht ihr uns doch fertig. Wer weiß das schon. Gleich am Anfang des Kampfes sieht es nicht so geil aus. Naja, mal schauen, was wir reißen können. Ja, so müssen wir jetzt drankommen in unseren Sachen. Oh, er heilt. Mal das linke Gesicht heilt, das rechte Gesicht greift an. Oh, das ist halt natürlich alles und jeden. Überhaupt alles. Sehr gut. Also das wird ein richtig schöner, zäher Kampf. So wie wir es gerne haben. Als alter Rollenspiel-Veteran kann ich sagen, es hat mich bis jetzt noch nichts besiegt. Außer eventuell der Endpost bei Zagat Frontier 2. Aber das ist eine andere Geschichte. Wer das Spiel kennt, wird eventuell immer eine Zweifel daran kennen. Okay, jetzt haben wir jetzt schon mal seine Heilung wieder runtergekriegt. Mal gucken, wie das Mittelgesicht so angreift. Das hat ja eigentlich nur vier Teile, das Ganze. Und go. Der hätte ich auch Dragon Slap machen können. Die sind ja kaum getrennt voneinander. Ja, das kommt am nächsten Mal. Ich hoffe, der bringt was, der Blitz. Also richtig habe ich jetzt noch keinen Schaden gemacht. Auch wenn ich dachte, dass Ryudos Attacke im Blitz, dem was runtergerissen hat. 1,6. Oh, das Gesicht hat gleich keinen Bock mehr. Sehr gut. Was passiert als nächstes? Okay. Ein Rundumschlag. Uh, jetzt musst du die Wärme attacken. Gut, dass das nur gegen einen geht. Das Schöne ist, dass er echt alles kann. Patsch. Na ja, war klar, dass es Tio erwischt. Oh, der Body ist richtig schnell. Kann ich schnell IT mit ihm nutzen? Habe ich das gelernt? All Allays 1500 HP. Ich hoffe, das klappt. Ja, perfekt. Das hätte ich vorher mal gemacht, dass er einfach alles benutzen kann. Ich wusste, dass das nochmal sinnvoll wird. Haut ja so zu? Oder alles? Sauber. Da muss ich ja dafür keine Angst haben. Ich habe ja noch genug Sachen vor dem Ding. Also ist der Core selber physisch und die Gesichter alle magisch. Weh. Richtig zu wissen. Na, bitteschön. Das für dich. Oh, das tut richtig weh. Wir könnten Rovan als Allhealer benutzen. Finde ich aber nicht so geil. Was haben wir da noch für Items? Items, 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 Items. Super Mogai Bomb. Hyper Mogai Bomb. Auf jeden Fall. Kann ich nicht sowas wie... Cure oder sowas. Poison and Paralysation. Nein, ich will ein Movement wieder klartreten. Dann können wir auch erstmal das Crackling machen. Hyper Mogai Bomb. Fem. Boah, das klappt. Sogar gegen den Boss. Wie cool. Und da ist er wieder dran, der Roan. Der ist ja nur noch dran. Ja, perfekt. Super Mogai Bomb. Er macht jetzt nur noch Items. Scheiß drauf. Jawoll. Vielleicht geht der Kampf gar nicht so lange. So wie wir bis jetzt geschlagen haben. So wie wir bis jetzt geschlagen haben. Es sieht ganz gut aus. Klemmsch. Und was passiert? 1000 Schaden. Ja. Zack. Hammer Claw. Nur auf sie alleine. Das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, sie geht nicht drauf. Natürlich nicht. Roan ist wieder dran. Dann kann er sie wieder heilen. Items. Ich muss es leider diesmal auf diese komische Art machen. Was haben wir noch? 1200, 800, 500. Bla, bla, bla. Jumis Elixier. Alle statischen Effekte heilen. Nein. Dann Mystic Potion. Nein, das geht halt nicht. Aber dafür lebt sie noch. Und alle Angriffe werden weiterhin von ihr aufgefressen. Oh, du wünschtest dir bestimmt jetzt, dass du ausweichen könntest. Aber niemand wird bei einem Dragon 7 kommen. Gerade nicht dieses blöde Viech. Schade, dass es nicht noch stärkere Attacken gab. Oh, die Gesichter sind bald alle drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe da ja so eine Idee, was man einsetzen könnte. Das macht auf jeden Fall super Schaden. Dafür, dass es nur Items sind. Und mich nichts kostet, außer das Icken wegzuwerfen. Ich hoffe, das ist echt der letzte Gegner. Aber von der Musik gehört es sich auf jeden Fall ziemlich nach Endkampf an. Ja, heil dich mal. Lach dabei ruhig. Das ist doch schon in Ordnung. Und das heilst nur 1000. Ach, Peanuts. Na, die haben wir auf jeden Fall schon mal wieder drin, die Heilung. Hammer Claw. Ja, ruhig immer den Ruf auf die Tio. Die können das ab. So. IP, der Powerful, IP Damage Effect, Thor, Stone, Ice Fang, Dynamite, Serpentine, Dynamite. Hand Grenade. Die haben so viele coole Sachen. Ja, das ist sowas wie, alle werden schneller. Okay, 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 okay. Wir nehmen mal eine Serpentine, mal gucken, was das macht. Auch nicht schlecht. Ach, auslöschen. Uh. Soll ich jetzt Angst haben vor dem, was da kommt? Oh, das ist vielleicht übel. Alter Vater. Ja, Elena, da musst du durch, wenn du mittendrin stehst. Da kann ja keiner helfen. Ja, ähm. Sie kann sich selber helfen. Und er hilft nur einem Jomis Elixier nach. Wenn die so naheinander kuscheln möchten, beim letzten Kampf, dann muss das halt so sein. Das kann ich ja nichts machen. Und danach werde ich, wahrscheinlich, Tio sich selbst teilen lassen. Und all Healer. Ja, Healer Plus, besser gesagt. Dann komme ich nicht mehr dran. Dann wird er wohl wahrscheinlich sterben. Dann wird es wohl wahrscheinlich sterben. Dann war es nicht schlimm. Elena, geh da einfach weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Dankeschön, dass wir so ein bisschen weiter von weg rücken. Mir ist es im Tod. Ich wusste nicht, dass die auf einmal umsatzrennlich sind. So, wo haben wir denn die Jomis Elixiere? Da haben wir sie. Hier geht's. Ach, das macht mir eigentlich nicht so viel aus, dass sie jetzt kurzzeitig gestorben ist. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil Rowan und Ryudo wurden nicht mal angeguckt. Wirklich, bis jetzt ging alles nur auf Tio. So, okay, ja. Jetzt können wir anfangen mit Magie. Der rechte Head ist schon... Oh, der macht Zap All. Okay, wie wär's denn mit dem Flying Tensei Ken? Um das mal eben zu unterbrechen. Weil Zap, Zap All möchte ich nicht... Ich möchte nur den Kopf haben. Ich reiß den Kopf ab, Vogel. Los! Jawohl, gekannt halt. Und nicht nur das. Es droppt nix mehr. Das heißt, es müsste ziemlich vorbei sein jetzt an dieser Stelle. Und gucken, was ich noch so an Items hab. Items? Das hab ich noch als Items. Oh, ich bin sogar vorher dran noch. Wie easy. Drei Teile haben wir noch. Hole Slash Again. Wahrscheinlich wieder auf Tio. Oh, auf Ryudo. Der aber sehr hohe Abwehrkräfte hat. Nicht durch Aktimell, aber auf jeden Fall durch 7.000. Middlehead hat auch noch genug Leben. Das Gute ist, wir können jetzt erstmal richtig buffen. Das hatte ich eigentlich als allererstes vor, aber wir durften nicht. Aus gegebenen Umständen heraus. Oh, das gibt uns erstmal alle ein bisschen Power. Day of Judgment. Ja, endlich mal wieder was richtig cooles. Ah. Okay. Das sind vier Elemente. Interessant. Na komm. Komm doch, bring's zu Ende. Wow, wow, wow. Chill, 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 bitte. Ich wusste nicht, dass es so zu Ende geht. Wow, wow, wow. Alter, okay. Das war mir nicht bewusst. Okay. Was haben wir denn noch so? Ich kann jetzt erstmal sie wieder beleben. Was könnte ich machen? Oder ich könnte erstmal das retten, was noch da ist. 500 ist leider zu wenig. Alle sind angeschlagen. Ich rette mal lieber meine eigene Haut kurzzeitig. Avenging Claw. Ich denke mal, jetzt wird Dings draufgehen. Tio. Ah, ich hab einen riesigen Fehler gemacht, ey. Scheiße. Wie konnte mich das jetzt auf einmal so hart erwischen? Egal. Müssen wir jetzt durch? Ja, wir wussten ja, dass der Kampf hart wird. Ich denke mal, es war nicht ganz so dumm, jetzt, ähm, Ryudo vernünftig zu retten. Er hätte auch Revival-Gems verteilen können. Ah. Okay, okay, jetzt ist die Frage, was wir machen können. Wir können auf jeden Fall einen heilen. Mit der Hero-Potion. Oh nein. Ich glaub, das ist Digital Row und nicht überleben. Nein. Okay. Jetzt Elena heilen. Und mit Elena, mit Elena alle heilen. Das ist jetzt mein Plan. Ich hoffe, das geht so auf. Aber es sollte so aufgehen. Oh. Dead Claw. Nein, das wird mich nicht umbringen. Aber es wird mich canceln. Yes. Könnte ich jetzt bitte meinen Scheiß zu Ende bringen? Dead Claw. Again. Jetzt macht er das, was ich normalerweise mache. Sehr gut. Ein Attacke hat hier das ganze Bruder gerissen und hat mich direkt ins Jenseits befördert. Ich bin noch nicht tot, aber es ändert sich wahrscheinlich gleich. Boah, das Ding ist in der Mitte so schnell und stark. Ich krieg es nicht hin, sie zu beleben. Wahrscheinlich wieder Dead Claw. Hammer Claw. Warum nicht? Ja, das war's. Es hat mich zwar nicht runtergechancelt, aber ich werde nicht schneller sein als das Gesicht beim... Ach, also beide Gesichter. Wow. 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 Einfach nur fucking wow. Krass. Das war nicht schlecht. Gleich sind wir wieder da. Wenn es dann hier, äh, direkt weiter geht am Anschluss. Also nicht abschalten. Weil das ist erst der erste Part. Wir machen es auf jeden Fall diese Folge zu Ende. Bis gleich. Und dann sind wir wieder zurück, mitten im Kampf. Ich hab schon ein bisschen vorgearbeitet, damit es nicht so lange braucht, bis wir wieder einander finden. Und ein Kopf ist schon kaputt. Der zweite müsste nach dieser Attacke kaputt sein. Und ihr seht ja, es läuft so halbwegs plus minus gut, wie das halt immer so ist. Und ich hoffe einfach, dass wir der nächsten Attacke, egal was es ist, noch Einhalt gebieten können. Dead Claw ist nicht so schlimm. Außer natürlich, es geht auf Elena, die hier versucht, alle zu beleben. Ich hab ein bisschen Schiss, dass er jetzt wieder mit seiner komischen Super-Ultra-Attacke kommt. Die hat mich noch nicht heimgesucht. Das heißt also, ähm, komm, jetzt gib Gas, Elena. Nicht wieder auf Elena. Okay, super. Das ist mir egal. Hauptsache, jetzt kommt erstmal die Heilung an. Middle Head. Den könnte man hier mit dem Golden Hammer Crash vielleicht dazu bringen, abzuwürgen. Puh, ganz schön schwitzig, der Kampf. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal eine Viertelstunde dranhängen, weil ich da mit dem Boss, sag ich jetzt mal, in den ersten Minuten ringe. Das ist ja nicht nötig, denke ich. Und wir haben den Kampf ja gesehen und wir haben auch alle Attacken gesehen. Er hat nichts Neues gemacht. Nur eventuell ein bisschen anderer Reihenfolge. Jetzt haben wir natürlich so weit, dass wir bam, wieder mit vollem Leben an den Start gehen. Und danke nochmal für den Tipp mit dem Golden Hammer und die ganzen ersten Attacken, die dann halt die Effekte canceln. Das war mir so nicht bewusst und das war auch nicht Destruction Light. Ähm. Light ist jetzt Pchom, oder was? Oder was ist das? Ja, das hat nur sie getroffen, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, wir kriegen das Purple Lightning noch Feuer raus, bevor er mit der Scheiße kommt. Jawohl. Dann können wir nämlich eventuell... Ich hoffe, dass diese Attack komplett erledigen wird. Zack. Wir machen ein bisschen Luftkampf, da ist irgendwie nichts. 2.000 leider nur. Aber eventuell können wir hier mit Drone nochmal mit dem Golden Hammer vorgehen. Ja, 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 ja. Wie gesagt, dieser Tipp ist auf jeden Fall Gold wert. Puh, ich habe mir hier wieder mal den Arsch gerettet. Wir müssen mal gucken, was die Teile jetzt überhaupt noch für Leben haben. 600 Leben und irgendwas anleben. Okay, das heißt, wir kommen jetzt, ich denke mal, wir können den Tornado mal machen und auch den kann ich sehr schnell. Fand ich eine der besten Attacken von Tio, aber irgendwie habe ich es kaum bis gar nicht angewandt, weil sie irgendwie immer damit beschäftigt war, Fress zu kriegen. Da hätte ich, wie gesagt, noch mehr auf die ersten Attacken gehen sollen. Weil dann wäre sie noch irgendwie wertvoll leer gewesen als sie jetzt ist. So als kleiner Tipp für die Leute, die es eventuell noch spielen wollen, noch mal spielen wollen. So, da ist nicht mehr viel übrig. Da kann er mit der Hammerclaw ruhig zu viel Wirbel machen, wie er will. Das hier nimmt jetzt sein Ende. Ich habe auch noch ohne Ende Mana. Ich weiß also nicht genau, was der jetzt noch großartig kommen soll, dass er mich aufhalten könnte. Selbst wenn er seine Super-Ultra-Attacke macht, wird mich das nicht umhauen, weil wir volles Leben haben. Außer vielleicht Theo, aber dafür ist er da. Weil das Mädchen ist eine Maschine, was soll ich davor Angst haben, dass die umfällt. 3000? jetzt ist die Perfil da. Er sollte über ein Friedensangebot nachdenken, der gute Wärmer. Meteor-Strike, True Dragon Rise. Alles benutzen, was ich noch irgendwie übrig habe. Und was auf jeden Fall cool aussieht. Es muss natürlich auch super aussehen. Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst. Weil das ist nicht der Brocken in der Abgriffe, wie du weißt. Auf die Erde ist das falsche Ziel. Ich glaube, wir sind irgendwie im Himmel oder auf dem Mond wieder gelandet. Das wird wehtun. Hoffe ich. 1500 nur. Ryudo nicht der Meister der Magie. Ich würde gerne sein Mana in Attacke kanalisieren. Das wäre cool. Ich hoffe, jetzt noch was Schlimmes. Ich wusste es. Ich wusste noch, dass diese Attacke kommt. Ich wusste es. Jetzt alle festhalten, das ist der Moment, an der sich entscheidet, ob wir diesen Kampf gewinnen oder er. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Ich mag das mit den Elementen. So, was sehe ich hier? Wind, Feuer, Wasser und Elektro. Da hätte ich eher Erde gehabt, aber... Naja. Und da fällt wahrscheinlich Tio in Dreck. Also sicher. Das ist aber nicht mehr schlimm. Damit haben wir ja gerechnet. Das war ja uns von Anfang an klar, dass die auf jeden Fall im Dreck liegen wird. White Apocalypse könnten wir noch machen. Oder wir könnten noch einmal... Ja, Zap All haben wir noch. Wir haben noch das normale Zap. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir machen mal der Ball. Und gucken mal, dass wir da die letzten 1500 Leben noch in dem letzten Schlag hier von Elena wegreißen können. Wäre auf jeden Fall was. Wie ist das denn? Ja. Wenn jetzt noch nicht die große Überraschung kommt, ist dieser Kampf auf jeden Fall gelaufen. Erfahrung hätte ich trotzdem gerne. Einfach nur, um zu wissen, was der Wert ist. Es gibt nichts mehr. Es ist vorbei. Es kann nicht so... Es kann nicht so... dann... Ich werde dich übervermissen sehen. Oh, Wings of Velma, komm zurück! Huh! Hallo, Melenia, ich habe dich übervermisst. Melenia? Is that you? Rihudo? Rihudo? Give me the horns. I was taken from you because I did not possess them. I can't continue my existence without them. Lächerlich. It's a trap! Rihudo, please! Okay. Stop it! Don't you know me, Melenia? Rihudo! That is not Melenia! Wha... What? Melenia? She never used to care for anyone but herself. She was as selfish as a child, yet she was as innocent as a child. But Melenia came to love us. If that were the real Melenia, she would never do this. Rihudo! Do you not understand? She only looks like Melenia. This is deception. She doesn't even sound like Melenia. Stimmt. Ich bin ein bisschen verschlupft. You're right. Melenia somewhere else. Yes, I understand now. Go away, you imposter. Oh nein, ich kann nicht kämpfen. Vielleicht könnte ich nicht speichern. Jungs. Tio ist noch ziemlich kalt. Können wir das mal eben... wie soll ich das denn überleben bitte? Holy Lord Grannis, lend us your power. Sobald sie die Wings of Wailma macht, fallen hier drei Leute um. Könnte vielleicht doch noch etwas dauern, diese letzte Folge zu betten. Ich wusste nicht, dass jetzt hier nochmal alles auf einmal kommt. Komm, Tio. Hey, richte dich deine Waffe auf sie. Okay, sie hat natürlich wenig L... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Habe ich irgendwelche Items, dass ich meine SP wieder kriege? Das wäre natürlich jetzt über nice beim Suchen. Chorus Blablas Blablablub Mana, Mana All SP Ja, 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 es war mir schon klar, dass du oben fällst. Ist in Ordnung. Geh nicht hier. Rowan, heb dich schon wieder auf. Das ist egal. Darum geht's hier nicht. Au! Kann sie jetzt 100 Pfeile schießen oder was? Aufstehen, Elaina, meine ich natürlich, keine Zeit zu knacken und zu schnacken. Wir müssen jetzt hier Nägel mit Köppen machen. Wir stehen gut zusammen. Ich könnte gleich nochmal diese Great Feather benutzen, damit alle gleich nochmal dran sind mit dem Rowan. Moment mal, das machen wir auch mal eben. Da benutzen wir dieses Goldfeather Ding, da kann man einmal so machen, da müssten jetzt alle dran sein. Sub, mal eben alle dahin schieben. Das habe ich nämlich neu gelernt, das wusste ich nämlich auch nicht, dass das irgendwie so funktioniert. All Healer bitte hier, Purple Lightning müsste da reichen und hier können wir nochmal wir haben kein Mama Mana, aber das kann man ändern, wenn ich es finde. Magical Dingsrums, 100 Mana plus, müsste reichen eigentlich. Dann können wir das gleiche mit Nummer machen über die Rowan, dass wir wieder vor des Dings haben und dann sind wir soweit voll. Dass wir dann alle angreifen können. Purple Lightning, auf geht's. Versucht natürlich wieder hier Kombo zu machen, glaube ich, sie rennt ran. 2400, habe ich das richtig gelesen? Ja, jetzt stehst du natürlich weiter weg, Ryudo, du Vollsahnehäubchen. Aber ist egal, der Rest kann ja wenigstens angreifen. Ja, super, er hat sich noch da reingeschnimm muggelt in den Bereich davon. Doch nicht, doch, hat er? Kann ich mal bitte? Doch, hat er. Ich würde sie nicht angreifen, sie kann ausweichen. die ist relativ gefährlich. Außerdem, ähm, stimmt schon, dieses ist nicht unbedingt Millennial. Das können wir auf jeden Fall nochmal zweimal machen mit 100 Mal, Jawoll, und das war's für sie. Jetzt kriegt sie auf den Popo. Wir machen da lieber kleinen 10 second. Das ist mir eigentlich immer lieber als Purple Lightning. Obwohl Purple Lightning cooler ist. Oh, nochmal 1000 Damage. Jetzt können wir langsam, aber sicher auf sie drauf gehen. das haben wir gerade nochmal so gekickt, die Kurve. Ich war gerade etwas geschockt, als wir nochmal in den Kampf mussten. Ich hoffe, das war dann der letzte. Oder ich kann wenigstens zwischen speichern oder irgendwie sowas. Ja, 4000, das ist besser als Purple Lightning. Das war blöd, dass ich das andere erst gemacht habe. Die ist nicht so wirklich schlimm, auch weil sie jetzt paralysiert ist. Irgendwie paralysiert bleibt auf ewig. Und nochmal und nochmal und immer drauf. Jetzt haben wir auf jeden Fall in der in der Mangel. Irgendwie verlässt mich auch mein Gedächtnis. Ich wusste nicht, dass wir noch solche heftigen Kämpfe da vor uns haben. Flipp. Wir könnten was können wir machen? Wir können das machen. Dann muss eh gleich Ende sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Immer das Oh, Roland ist fertig damit. 2000 Leben noch, da könnte man eben Ah, das müsste so reichen. Wie lange er den Tenseiken auflädt, das ist so traurig da, dass die erste Attacke ist. 1000 nur, oh. Jetzt kriegen wir nur noch die Wings ab oder so, das wäre natürlich jetzt extrem scheiße. Nee, Burnflame. Das ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Ach Gott. Da brauchen wir nicht wirklich irgendwas noch machen, da können wir so draufgehen mit drei Leuten. Pop, pop. Aber da gibt es nochmal einen Burgen für mir, das ist nicht gut, glaube ich. Das ist überhaupt nicht gut. War ich wieder zu großkotzig, um jetzt zu sagen, die Folge ist die letzte Folge. Kann es sein? Kann es sein, dass wir noch weiter hier bleiben? Wollte, dass ich doch nochmal eine Pause mache und das ist einfach eine halbstündige Folge. ist so... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich will jetzt auch nicht dieses Black Angel Boat. 3000 SP gibt es da nochmal. Das heißt, irgendwas ist hier im Busch. Ja, das war nur eine Illusion. Elena, dann, wo ist Melania? Ich bin mir Angst, mehr. Mein Mind ist nicht mehr zufrieden. Ich kann glauben. Melania und ich sind eine. Sie macht mich wie ich bin. Erwachsen, Melania! Das ist schon. Oh! Okay, we're together now, right? I guess so. Hey kid, how you been? Fine, Miss Millennia. And you've made it this far, Miss Marionette. Yes, I believe in the human heart, just as you do. This cannot be. How can you still live? The will of God is absolute. The will of man could never overpower a god. The only thing here that's absolute is your total lunacy. I am right here in all my glory. Bolster your soul and you will not fail. Yes. It is exactly as you taught us. Got it, Valmar? No. Zara! So is that, namely. A bad man. Why did the day of darkness come to pass? Why did Grandis die? Was it not because of darkness in the soul of man? If Grandis is dead and Valmar is destroyed, there will be nothing to lead, man. Is that what you really want? If there is no need for gods, then there is also no need for man as well. Without man, there is no need for the world! We'll need something to do. Yeah. What is going on? It is a simple building that takes place. Hey. 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 What's going on? Hey. 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 Oh, wir sind gut. Du gehst nach Zera. Okay. Ryuto, Zera will die gesamte Planeten zerstören. Wir müssen diesen Loon stoppen. Ich glaube in dir. Geh vor Zera. Klar, lass es uns. Hör einfach da rein. Ihr könnt doch einfach rüberspringen, diese 5 Sekunden. Ich würde gerne speichern. Spaß, 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 speichern, meine Freunde. Ich sag's ja nur mal so aus meiner Sicht. Ich würde gerne speichern. Black Angel Bow. Valkyra Dress. Headgear. Moonlight Tiara? Echt? Ja. Goddess High Heels würde ich mal sagen. Was das war? Gute Frage. Ich nehme für sie mal einen Revival Gem und... Das Holy Egg. Ich denke wir machen hier eine kurze Pause. Ich justiere das alles und wir sehen uns dann dann wirklich in der letzten Folge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibt dran und ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ciao.